So, die Höhren auf heute wieder geht's Hügelste. Ja, es war nicht so viel Spiel diesen Winter. Ich habe gedacht, ich hätte mehr Gusskühe. Aber ich hatte gar nie mehr als vier Gusskühe diesen Winter. Ja, aufs Mal. Darum, ja. Aber nächstes Jahr, wie gesagt, ich kann es ja nur hinstellen, mehr oder weniger. Jetzt kommt sie auf den Schweinestall. Da die langen Verlängerungen dran am Hochladen. Ja, das Gras wächst. Ja, und wenn ich schon dabei bin, Strohrutter nehmen. Weil wir hatten ja drei Tage recht windig und Sturm. Meine Liegeboxen sind blank, zum Teil. Ja, ja. Darum muss da nachgestreut werden. Damit die Kühe wieder weich liegen können. Ihr seid. Alle im Laufe. Aber das ist der Laufauf von den Gusskühen und nicht von euch. Zurück. 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 Aber ja, wahrscheinlich öffnen sie gleich wieder. Ich habe hier nur eine Angel. Komm. Wisch, 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 wisch. Nur dieser hier. Und ja, wahrscheinlich hat einer bemerkt, wie das geht. Ja, dann könnt ihr auch ein bisschen raus. So. Wir sind jetzt hier unter dem Vordach. Wir haben die Butter drauf. Jetzt ist da noch Draht fertig sein und Draht spannen. Und dann können da die Gusskühe raus. Jawohl. Jetzt habe ich dann gerade ein paar Gusskühe. Drei sind jetzt schon. Einer frisch gegustet. Einer will ich noch. Und noch eine. Wenn es sechs. Auf jeden Fall. Und. Ja, jetzt haben wir schon bald Mitte abgerissen. Mit die Api. Sicher auch noch zwei. Ja. Mal schauen, wie das geht. Ja, im Hintergrund die Schweine. Die werden nicht so gleich gefüttert. Ich schaue da von oben. Ob sie selber ausgefressen haben. Ah, die Grossen haben schon bekommen. Die Grossen haben schon bekommen. Und die Kleinen warten noch. Klar, aber. Ja. Und wenn sie am Ende sind. Und die. Und jetzt sind sie wieder an der Wärme, weil ja, es wird noch kalt. Die nächsten zwei Nächte. Und die Kleinen sind ja auch schon drin. So und jetzt haben wir ja gesehen, sie haben ausgefressen. Jetzt stellen wir da bei den Kleinen. Die haben da noch reduziert, weil sie sind ja erst zwei Tage bei mir. Darum habe ich da noch reduziert. Jetzt werde ich da ein bisschen genügt auf 25. 25, 25. Da kann ich die Menge in Prozent reduzieren und das in Tagen, damit sie langsam aber sicher die Fütterung gesteigt wird. Damit sie alles fressen. Und einfach bis sie dann auf 100% sind. Oder das ist dann der Sollwert, 100%. Und da werden sie jetzt langsam angefüttert. Und diese hier sind sogar ein bisschen über 100%. Da kann ich auch immer ein bisschen optimal einstellen. Damit sie gut gefüttert sind. Und da habe ich jetzt gesehen, da hatten sie eine Zeit lang nicht so richtig selber gefressen. Jetzt stellen wir da vorerst wieder auf 100. Mal schauen, was passiert. Und da auch, da habe ich auch ein bisschen reduziert. Da gehen wir jetzt auf 103. So. So. Hier im Licht löschen. Und ich habe danach ein bisschen den Hoflader gewaschen. Nein, ich habe gestreut bei den Kühen sechs kleine Quaderballen zwischen die Liegeboxen. Befördert, oder wie soll man das sagen, geworfen. Und jetzt, dann muss ich durch den Mist fahren. Logischerweise. Und dann ist da immer alles voll Kuhdreck. Kuhscheisse. Darum habe ich da einen ein bisschen mit dem Schlauch wieder abgespritzt. So. Ja, und sie geniessen dann das frische Stroh. Ja, und sie sind wahrscheinlich auch glücklich, ist der Wind vorbei. Jetzt waren es zwei, drei Tage, war es wirklich sehr windig. Stürmisch. Und... Darum habe ich auch nachgestreut. Das Stroh ist dann aus den Boxen raus. Und äh... Und äh... Und äh... Es ist ihnen so böse. Ja, und ich habe die... Fünf kleinsten Kuhkälber. Und äh... Zwei sind... Mast. Also äh... Stierkälber. Aber die sind dann im alten Schweinestall oben. So ne... Das hier am Boden. Ja, das da ist das jüngste. Und dann die letzten, die vorletzten zwei oder drei waren Stierkälber. So, die Gusskühe sind schon draussen. Jetzt kommen noch die anderen. Sind schon ganz... Die spinnen, kann man nur sagen. Die spinnen. Als wären sie... Ja... Könnten sie sonst nie raus. Der Bein kann sie ja alle Tage. Jeden Tag können sie raus. Nur nicht immer auf die Weide natürlich. Die Gusskühe sind da oben. Die grossartig steht dort die Wache. Und die einen begreifen es nicht. Und am Nachbarn, die einen sind auch da. Und die anderen haben es nicht begriffen. Wo man durch muss. Ohne eure Ecksicht auf Verluste laufen die da. Wie blöde. Genau. Erst begreifen sie auch nicht alle. Da noch öffnen. Ja... Lieber das Bein brechen. Als ein bisschen Säuferchen. Unglaublich. Immer wieder unglaublich. Ich hoffe, sie bleiben innerhalb der Zäunung. Und das Rind findet den Ausgang nicht. So, jetzt ist es auch gegangen. Nach dreimal Umfliegen. Ich habe da auch erst den Ausgang gefunden. So, das ist jetzt das Reich der Gusskühe hier. Im Moment sechs Stück sind jetzt hier. Und zwei, die noch kalben. Oder eigentlich mit dem Rindrei. Die sind noch im Stall. Ja... Weil alle kann ich nicht hier draussen haben. Sonst... Das ist wahrscheinlich schon zu viel. Ich muss dann wahrscheinlich zwei, circa noch in den Stall nehmen. Weil... Ja... Wenn das Wetter dann einmal umschlägt, könnte es dann hier morastig werden. Und da so manche Kuh. Und äh... Ja... Die Weide ist auch nicht wahnsinnig gross. Aber... Sie sollen ja eigentlich auch ein bisschen Heu fressen. Herr Stil. Und nicht nur Gras. So, und kaum sind sie draussen, müssen sie schon wieder rein. Erster Tag gibt es nicht so viel Gras. Ja... Es ist ja schon schön, he? Ja... Komm, geh! Usch! Morgen wieder. So, die Figur ist am... Am Ott-Pflug MF 2000. Verschleißteile ersetzen teilweise. Weil... Ja... Irgendwie wurde da einmal wahrscheinlich ein... Ding noch angehängt. Ist alles ein bisschen unterschiedlich abgelaufen, he? Ja... Ausser die Spitzen... Wechsle ich nur das Nötigste, he? Mal schauen... Wie das geht... Wie das geht... Gäuber auf der Weide, he? Mhhh... 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 Mh... Diffus kriest ja auch. Mhhm... Mhhh... Ich schaue gerne ab, ich kann sie gleich. So, jetzt hat die Figur fast ein neuer Flug. Diese hier, die passen nicht ganz, die gibt es nicht mehr. Das sei das passendste was es noch gibt dazu. Aber jetzt habe ich es nur mit einer Schraube anschrauben können. Mal schauen ob es hält und sonst muss ich da noch eine Halter umschweissen. Ja, aber sonst, ich weiss nicht, das sollte vielleicht eine Linie sein, das geht da nicht ganz bei mir. Ja, der hat schon vieles gesehen wahrscheinlich dieser Flug. Aber jetzt mal probieren ob es funktioniert, ob er wieder plügt. Und dann sehen wir es sehen. Alles da auch wieder gängig gemacht. Das ist alles nicht mehr so an der Hitte. Aber jetzt läuft wenigstens alles wieder. Da verrutscht es mir meistens von alleine plötzlich wieder. Aber jetzt ist alles gängig geschmiert und angezogen. Vielleicht geht es besser wieder. Jetzt haben wir halb vier Tag drei am Weiden und so viele sind reingekommen. Es ist schon zu warm. So schnell geht es. Das hatte ich jetzt glaube ich noch nie, dass am dritten Tag schon und nachmittag so viele uns selbst wieder hineinkommen. Aber hier geht ein leichter Wind. Schön kühl ist es hier. Ja und letzte Nacht hat es wieder ein Kalb gegeben. Wieder ein Rind. Das ist jetzt wahrscheinlich das letzte für eine Weile. Rind. Aber Kuski hat es noch einige. Aber es gibt auch noch einen Moment. Das hat schon Fliegen. Da kannst du noch so viel im Stahl machen glaube ich langsam aber sicher. Die kommen von draussen. Nehmen sie die in den Stahl. Aber vielleicht vermeiden sie sich ein bisschen weniger mal schon. So Figur ist es wieder am Striegeln. Den Dinkel habe ich schon. Der ist da hier unten. Der kommt ein bisschen mager. Und die Weizen hatte ich auch das Gefühl sie kommt ein bisschen mager. Also mager. Die Bestockung ist nicht so gut. Hätte vielleicht doch walzen sollen. Aber ähm. Ja die Weizen sind eigentlich jetzt gut da raus. Ich glaube das kommt schon noch gut. Der Dinkel ist wahrscheinlich nicht bombend. Dieses Jahr. Und jetzt geht es wieder darum Unkräuter zu bekämpfen. Ich habe ja da solche. Aber sie sind jetzt schon recht tief verwurzelt. Man muss sie ein bisschen tiefer einstellen. Wenn ich jetzt da schaue. Aber es braucht recht viel. Bis das entwurzelt wird. Immer noch. Seht ihr das? Eine riesen lange Würze. Dieses kleine Unkraut. Oben sieht es schon klein aus. Und unten ist. Wo ist es jetzt? Da unten ist. So lange. Von hier an ist das. Im Boden. Darum. Ja. Man kann vielleicht hoffen. dass es ein bisschen zuschüttet. Und stört. Aber äh. Ja. Bringen tut es wahrscheinlich nicht mehr so viel. Wie beim ersten Mal. Auch dieses hier. Wahnsinn. Die waren wahrscheinlich auch Wassersuchen gegangen. Diese kleinen Pflanzen. Darum. Weil sie eher trocken. Trocken war. Ist die Wurzel in die Tiefe. Auch da ist sie jetzt. Vielleicht knapp. Ja. Wir stellen da. Aufs Maximum. Jetzt bin ich bei 7. Ich stelle da. Aufs Maximum. So. Und jetzt bin ich da noch am Gersten striegelt. Dann habe ich alles wieder gestriegelt. Dinkel, Weizer, Gerst. Ja. Und auch hier. Ich sehe es. Sie ist nicht so wahnsinnig dick. Jetzt äh. Ja. Bin ich gespannt wie sich das entwickelt. Aber sie sieht grundsätzlich gesund aus. Aber nicht so dick. Und da wo es gestriegelt ist. Sieht schon nicht mehr so schön aus. Aber das erholt sich wieder. Ich hoffe. Ich hoffe. Wenn das Wetter hilft, kommt es schon gut. Die Frage ist nur über die Ertragsmenge. Und da ja im Moment. Getreide. Futter sowieso. Oder Futter auch Brotgetreide. Alles knapp ist. Auch wenn das immer noch viele gar nicht sehen. Und nicht glauben. Aber ich denke man ist dann noch froh. Wenn man etwas in der Schweiz produziert hat. Ein Rind im dritten Melken. Das ist ja sehr schön. Und das ist ein Rind im dritten Mal mai. Und das ist das ganz schön. Und das ist das ganz schön. Und das ist gut. Und du kannst du auch viel verteilen. schrauben. Das ist ganz ein Braves. Unglaublich. Andere wehren sich mit allen Massen. Es hat noch keine erwartete Milchmenge. So, jetzt wird hier die Wand hingestellt. Endlich Beginn meines Baus. Wie man dem sagen will, Baus ist übertrieben. Ich hoffe, dass es hält. Mehr als runterfallen kann es ja nicht. Ich bin gespannt, ob das noch passt. Ich glaube, ich habe es noch nie so richtig hingestellt. Ich lasse sie noch ein wenig hängen, damit ich sie noch ... Ja, jetzt kommt wieder die Biese. Der Ostwind. Oder Nordwind. Gerade nicht schön hier. Jetzt, wo ich die Wand weggenommen habe, ist es nicht mehr so hilf. Ich bin hier. Da zeigt es rein. So, es hat wieder ein Frisches gegeben. Jetzt muss ich hier wieder zügeln. Ich habe hier Samstag herausgemistet. Und jetzt ist das hier von der Sonne schön getrocknet. Jetzt habe ich hier wieder die ... Zwei Grösse. Eines war im Iglu und eines in der grossen Gruppe. Da habe ich das grösste rausgenommen. Jetzt können sie hier toben. Ja, das hatte schon ein bisschen mehr Auslauf, aber das war jetzt nur im Iglu. Ja, ja. Hier ist der Frischling. Such das Oiter. Ist schon mal nicht schlecht. Oh, das ist noch keine Stunde auf der Welt. Ah, das kommt schon gut drauf. Da noch ein bisschen streuen wieder. Und so, das war es auch schon wieder vom Iglu. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest vom Osterwochenende. Bis zum nächsten Mal. Äh, ja. Es ist ja jetzt schon Ostersonntagabend. Und äh, nächste Woche, Montagmorgen, 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 ist ja noch frei bei uns. Ja, ob schon, äh, ja, man wird dann trotzdem was sie übliche sowieso machen. Ja. Äh, ich hoffe, ihr wisst alle, warum man sie Ostern feiern. Nur so mal zum überlegen. Und äh, wünsche euch noch einen schönen Rest. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.